Servus, ich bin die Anna. Ich lebe meinen Sport auf der Piste und im Ehrenamt. Dabei vertraue ich auf die Hilfe des BLSV. Servus, Hans. Hallo, Anna. Hans, was sagst du eigentlich zum neuen Konzept des Bayernsport? Was ändert sich denn? Komm mal mit, ich zeig's dir. Aus unserer Verbandszeitschrift wird ein modernes Monatsmagazin, das sich ganz nach unseren Bedürfnissen richtet. Zeig doch mal. Gerne. Schau, der Bayernsport bekommt ein zeitgemäßes Erscheinungsbild. Das neue Layout ist klar und übersichtlich gestaltet. Es ist außerdem besonders lesefreundlich. Die zentralen Rubriken des Heftes sind den wichtigsten Zielkunden gewidmet. Diese Einordnung findet sich auch auf den einzelnen Themenseiten wieder. Sieht gut aus. Ändert sich auch inhaltlich etwas? Na klar. Inhaltlich steht der Mehrwert für uns im Fokus. Die Themen richten sich nach den Zielkunden in Verein, Fachverband und öffentlicher Hand. Sowie den drei Erfolgsfaktoren Vereinsmanagement, Sportbetrieb und Sportstätten. So bekommen wir viele hilfreiche Infos und praktische Tipps für unsere Vereinsarbeit. Klasse. Das ist genau, was wir brauchen. Und das Beste weißt du noch gar nicht. Den Bayernsport gibt's auch als ePaper und als App. Mit einem Login können Vereine und Fachverbände kostenlos auf die digitale Ausgabe zugreifen und die Inhalte an ihre Mitglieder weiterleiten. Außerdem bietet das ePaper viele zusätzliche Inhalte und nützliche Services und damit ein echtes Plus gegenüber dem gedruckten Magazin. Und übrigens, die Themen der Zielkunden und Erfolgsfaktoren finden sich zukünftig auch auf der neuen BLSV Internetseite. Super, da ist für alle etwas dabei. Aber nicht nur wir profitieren vom neuen Bayern-Sport, indem wir mehr Zeit für unseren Sport haben. Auch die Umwelt gewinnt. Durch die Umstellung werden 165 Tonnen Papier eingespart. So viel wie eine ganze Elefantenherde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017